Hey Leute, ich bin Bebo und ich bin Loco und wir spielen heute eine neue Runde in Notruf Hamburg. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute wieder mit unseren Lambos unterwegs. Die anderen Autos lassen wir heute mal in der Garage ganz genau und Leute, wir sind heute wieder kriminelle Sniper. So, yeah Leute, wir sind kriminelle Sniper jetzt endlich wieder Freunde. Doch bevor das Video hier losgeht, vergesst nicht noch zu abonnieren, zu liken, die ich das an und an. Ihr wisst Bescheid, denn die meisten, die unsere Videos gucken, haben doch gar nicht abonniert. Könnt ihr das glauben? Das macht doch gar keinen Sinn, Leute. So, jetzt aber viel Spaß beim kriminelle Sniper-Video. Leute, was ist denn hier passiert? Was? Wie geht das? Hier ist einfach ein Auto im Juwelier. Das habe ich ja noch nie gesehen, Leute. Pass auf, nicht, dass hier gleich Polizei kommt. Wir haben gar keine Waffen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mir eben gekauft. Ich bin safe. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Also hier ist einer mit Waffen auch. Aber was? Das hat, was, das... Hä? Wem gehört das Auto vor allem? Ja, ich kann sogar einsteigen. Hallo. Ey, das kann doch nur ein Hacker gewesen sein. Irgendwie sowas. Oder ein Admin. Oder ein Admin. Oder ein Admin. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist hier ein Admin auf dem Server. Boah. Boah, Leute. Warte, ich gucke mal. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig, Leute. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist der Wahnsinn. Ich will wissen, wie die das geschafft haben. Wir müssen hier noch mit von machen. Genau. Das ist ja echt heftig, Leute. Das ist verrückt, Leute. Das ist wirklich verrückt. Oh. Aus dem Weg. Oh, aus dem Weg. Alle hier im Weg. Nein! Nein, es ist verschwunden. Es ist verschwunden. Dann ist der Typ aber offline gegangen, wahrscheinlich. Hey, bist du der echte Lol? Okay. Egal, dann, ich gehe jetzt mal ganz schnell, ähm, Waffen kaufen. Und dann bin ich eigentlich... Oh, ich fahre ganz genau falsch jetzt. Okay, vorsichtig. Einmal jetzt schnell umdrehen hier. Okay, bei der Bank geht ordentlich Action ab. Bist du noch da? Ja, ich erledige hier schon ein paar Polizisten. Ja, ich fahre gerade ein bisschen... Okay, okay, okay. Ich fahre kurz... Zack. So, alles klar. Leute, ich bin jetzt auf meinem Laptop. Auf dem Laptop spiele ich normalerweise nicht. Deswegen nicht wundern, Leute, wenn meine Einsch... Äh, meine, meine... Skills ein bisschen nachlassen hier. Der Zug kommt auch, passenderweise. Ey, komm zurück zur Bank, wenn du ready bist. Drei, vier Polizisten auf jeden Fall. Ach doch, Snipe hatte ich doch schon. Oh, lol, ich bin doch doof. Wir haben doch schon zweimal geholt. Ja, ah, dann du anscheinend auch. Äh, ja. Kannst du mich schließen? Was für ein Auto? So, ich muss jetzt los. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Was ist jetzt passiert? Oh Gott. Okay, ich bin unterwegs. Ich kann mich kurz nicht bewegen. Ich bin unterwegs. Uäh, hier ist der Lkw ohne... Oh, nicht ganz viele Schüsse. Ja, bei der Bank auf jeden Fall. Okay, ja, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da jetzt. Yeah, da sind wir doch. Ja, ich glaube, der fällt gerade weg. Wir müssen ihn verfolgen. Oder wir gehen in die Bank rein. Ja, oder Bank, hast du Bombe? Hast du Bombe? Ich glaube... Ich hab zwei, ich hab zwei, ja. Sehr gut, easy, easy. Und da ist auch einer. Oh, er ist ausgestiegen. Der ist ausgestiegen. Pass auf. Ah, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Boom. Ey, und der ist schon dauernd. Ja, okay, perfekt. Da, rechts, 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 rechts. Ey, der ist auch dauernd. Ha, ha, ha. Äh, perfekt. Das war ja mit Leichtigkeit, Leute. Das war ja super easy. Jetzt rein in die Bank, rein in die Bank, rein in die Bank. Mit Ruhe und Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh Mann, das ist rot, Alter. Oh Mann, ey. Das ist doch doof jetzt. Aber das geht mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich weiß nicht, wie's weitergeht. Ich weiß nicht, wie's weitergeht. De, 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 de. De, de, de. De, de, de. Ich hab keine Ausnahme mehr. De, 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 de. Sollst du den Containern? De, 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 de. Ja, warum nicht. Jetzt hab ich mir aber doch schon ne G36 gekauft, Mann, ey. Ich liebe eure Videos. Kurs geht raus an Matti. Kurs, kurs, kurs. So, ab geht die Post. Oh, lol, äh, was? Oh Gott, ich hab mich überfahren. Oh mein Gott, lol. Alter, es steht noch, ja. Oh mein Gott, der ist durch. Ey. Okay, er ist eingestiegen. Wir haben jetzt einen neuen Kollegen hier. Oh, Polizei, Polizei. Oh nein, nein, nein. Oh Gott. Hä, warte. Der hat versucht, mich durchs Auto zu dingsen. Nein, oh nein, mein Auto ist gleich dauernd. Mein Auto ist gleich dauernd. Lol, ein Schuss. Ja, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Oh mein Gott, ein Schuss noch und mein Auto wäre kaputt. Okay, er versucht mich auch zu kriegen. Ich fahr auch, mein Auto auch. Ja, geht's noch? Oh, ich geh's mit ein. Alter, ich bin auch 0,0 happy. Ja, deswegen, ich auch. Nein, er hat mich, er hat mich auch kaputt gekriegt. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er hat es auch kaputt gekriegt. Warte, okay, ich... Fahr auf die linke Spur, fahr auf die linke Spur. Ich schmeiß den Kollegen raus. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich könnte, ich logg mich aus, ich logg mich aus. Ja, oder so, oder so, oder so. Oh nein, meine Maus spinnt. Oh nein. Ich hoffe, ich bin safe. Ich hoffe, ich bin safe. Oh nein. Ich hoffe, ich bin safe. Meine Maus spinnt. Oh nein. Oh oh. Leute, gar nicht gut. Meine Maus. Ah, jetzt geht's wieder. Och nö, die verfolgen mich. Ja, ich bin safe. Ich bin safe, Leute. Ich bin am Hafen. Oh 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 oh. Oh nein, ich wurde getasert. Ich wurde getasert. Wo bist du? Äh, beim, 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 äh, äh, beim Hafen hier. Bei, äh, beim Zug, bei der Bahn. Oh, der schreibt aber, glaube ich, irgendwas. Der schreibt irgendwas. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich schreibe 8000. Ich versuche ihn jetzt. Oh nein, ey. Lol. Hä, die tasern mich einfach. Polizeigewalt. Oh nein, ihr seid hinter den Zäunen. Och nö. Jetzt bin ich aber... Oder? Nee, noch nicht. Noch bin ich nicht... Oh, jetzt bin ich im Auto. Ah, du bist im Auto, okay. 8000 für Freiheit. Äh, bestech ihn. Mann, ey. Die wollen nicht. Der sagt nein. Hey. Oh ja. Genau hier bin ich. Ja, lol. Oh nein, oh nein. Komm, der Kollege. Der Kollege muss uns jetzt schritten. Ja. Der muss es machen. Schlag ihn. Schlag ihn. Mach irgendwas. Mach es. Och nö, der macht gar nichts. Was hat der für ihren Anzug überhaupt an? Wie kann der das da rüberziehen? Das frage ich mich immer. Gar nicht gut. Oder ist das einfach ein Krimineller? Äh. Meinst du? Nee, der hatte auch einen Taser in der Hand. Tatsächlich. Okay. Ich glaube, er ist zivil einfach. Oh, oh, dein Auto. Oh, lol. Und du auch. Oh, der Zug ab. Nein, Loco, nein. Nein. Oh, nö, Loco. Der Zug. Er schießt schon den Zug ab. Oh, nein. Hilfe. Der Zug. Oh, nein. Ey, bleib stehen. Oh, schade. Schade. Och, nö, der andere. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Loco. Oh, nein, Loco. Oh, nö, Loco. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Ich hab mich schon gefragt, wie er das übernehmen konnte. Okay, also, er wird von Zug geraten. Funny. Och, Mann. Aber da kommt krank. Ey, wenn das Game-Meyer ist. Oder der andere. Wir hatten noch einen anderen. Oh, lol. Wo ist Game-Meyer? Das Game-Meyer, ja. Das ist er, das ist er. Sehr gut. Okay, der Polizist ist schwer beschäftigt hier. Er ist beschäftigt. Der wartet dich nicht, oder? Doch. Oh, oh. Ah. Oh, oh, nicht gut, nicht gut. Oh, nee. Nicht gut. Okay, das ist, ähm. Jetzt hat er alles gesehen. Nö, der Typ will hier durch. Worauf hättet er nicht rechts, hä? Tö. Oh, 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 Mann. Wir warten einfach. Ja, ja, ja. Mal gucken, mal abwarten hier. Ist halt doof, dass ich doch Full-Energy habe, aber hier nichts machen kann. Bitte gehen Sie. Ich fühle mich bedrängt. Volle, würdest du jetzt von einem LKW überfahren und vom Zug auflaufen. Ja, ehrlich. Heftig, ey. Hier ist Ihnen recht für Sie ein. Sowas geht gar nicht. Sowas geht gar nicht. Ich habe Rechte. Hier. Ey, hol den nicht hoch. Er geht. Er geht. Er geht. So, genau, genau, genau. Er fährt weg, er fährt weg. Ja. Er geht. Oh mein Gott, er geht wirklich. Sehr gut. Aber der andere, der liegt da noch. Pass auf. Ja, aber er kann mich ja hoch machen. Ach so, ach ja, stimmt. Lol. Okay, dann soll er mich mal verhaften. Ich schreibe sogar, verhaften Sie mich bitte. Okay. Endlich. Ja, würde ich sagen. Er kommt wieder. Oh no, oh no. Mann, kann er mich mal verhaften jetzt? Hallo. Das ist immer so nervig bei diesen Leuten, ey. Ich bin kurz davor, jetzt einfach in den Knast zu gehen. So. Du hast recht. So, ich habe jetzt noch Waffen geholt. Das ganze Diamantengeld. Oh, ich höre schon Polizei. Oh, ich flüchte einfach. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Oh, ich habe die falsche Eingabe noch wieder. Dann sind so noch ein paar Goldbarren, aber ich nehme drei Goldbarren, nehme ich doch noch mit. Oh, 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 gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, Polizei. Oh, die haben mich, die haben mich schon wieder. Wo bist du? Ei, ei, ei. War der Dealer? Äh, ja. Ich laufe, ich laufe. Oh, ich bin eingestiegen irgendwo. Ich bin irgendwo eingestiegen. Oh mein Gott, irgendwer hat mich gerettet. Lol. Diese Audi? Ja, ja, genau, 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 genau. Äh, wir sind vor dir. Ja, ja, ich sehe dich. Perfekt. King. Danke dir. Oh mein Gott. Da hat der mich ja nochmal super random jetzt gerettet. Einfach gerettet. Sehr gut, Leute. Okay, dann versuchen wir mal hier. Oh, und danach. Oh, oh. Das sah aber lustig aus. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo. Alles klar, ja, mein Auto ist eh spannend. Von daher. Oh, hier geht schon Action auch. So, einmal abchecken jetzt hier. Oh nein, polizei, polizei, polizei. Oh Gott. Der, 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 der. Der ist schon wieder. Der, der, der ist super neviel. Ich hab keine Waffen. Oh, oh. Ich hab noch keine Waffe. Ich muss mich jetzt wirklich holen. Okay, warte mal. Ich schieße die da ab. Da würde ich nochmal kurz ein. Oh, hier. Ja. So. Wir müssen einmal kurz nach oben. Ja. Dann kann man bei ADAC, sonst ist der nächste wieder, der mein Auto kaputt macht. See. So einer wie eben, richtig toll wütig. So. Sogar nur Spur gewechselt. Der, der ist auch auf die andere Seite gegangen, um mein Auto kaputt zu machen. Echt? Boah. Ja. Schon wieder dunkel hier. So entkundelt, ja. Ey, wirklich immer, ne? Ich finde, die Tage können die eigentlich mal ein bisschen länger machen, so. Ohne Witz. Oh, den können wir auch gleich mal begrüßen. Jo. Ich hab noch eine Bombe. Zum Leiparino. Eine Bombe kaufe ich auch. Mhm. Oh, schon wieder unser 250k. Oh, oh. Oh, oh, ähm. Ja, war nicht machbar. Nee. Okay. Dann lass mal den selben Weg wieder zurückfahren. Äh, äh, hä. Ja, warte. Ich fahr nochmal ADAC, deswegen wünsche ich mich ja hier oben lang. Achso, okay, okay. Und dann können wir zum Autohändler, dann kannst du ein Auto spawnen. Jo, alles klar, sehr gut. Ist ja direkt daneben. Okay. Du, du, du. So, da sind wir auch schon wieder beim Autohändler, Fahrzeughändler, wie auch immer. Oh, und hier ist sogar, ui, sehr gut, hier ist sogar ein Automat. Ah, ich bin jetzt heute, äh, ne Folge hochgeladen, ähm, auch wo ich es erstmal Automaten wieder gehauen hab, hab jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Vorrat, ja. Sehr gut. In 35 Minuten Folge, ey. Yo, ich hab einfach, ein Keks ist einfach auf meiner Schulter gelandet, hä. So, nehmen wir nochmal hier die Sachen mit, Leute. Und hier natürlich noch den Energy Drink. So, sehr gut. Und dann, wollen wir mal unser Auto jetzt zurückholen? Ja, wobei, ich glaub, ich hol dann lieber mal jetzt die Bugatti, sonst muss ich auch wieder zum ADAC, das ist auch nervig dann jetzt. Oh, oh, äh, ich werd schon verfolgt hier, was geht? Hä? Also hier kam direkt ein Polizist an. Oha. Aber wie das denn? Woher wusste der denn, wo ich bin? Das ist eine wirklich gute Frage. Oh, der ist einfach zufällig vorbei. Könnte natürlich auch sein. Könnte natürlich auch sein, ja. So. Okay, der verfolgt mich. Äh, wollen wir irgendwo hin und Action? Ja, können wir, ich muss einfach kurz noch beim Dealer. Das Gold verkaufen. Oh, 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 hier, oh, ich glaub, das sind immer mehr Polizisten. Aua, au. Ja, dann fahr Richtung Bank, fahr Richtung Bank. Jo. Och Mann, ey. Jetzt ist mein Bugatti auch kaputt gleich. Oh, die sind doch nervig. Ja, der war wahrscheinlich auch nicht full-like. Also beim besten Willen, ey, das ist doch nervig, ey. Wo bist du denn? Äh, irgendwo bei der Bank, bei der Insel, bei der Polizeiinsel. Ja, komm, 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 komm. Komm, ich mach jetzt einfach Action. Fahr direkt auf die Insel zu. Ich mach jetzt einfach Action. Ja, ich komm mit, ich komm mit. So. Okay, 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 okay. Die Verfolgung. Oh, sorry, 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 sorry. Alles gut, alles gut, nichts passiert. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, hier hinter dir. Hinter uns. Oh, oh. Oh, ey. Der soll mal weggehen hier. Oh, ich hab leider nur eine Sniper. Ich hab jetzt keine Dings. Einmal getroffen. Ich hab auch nur eine Sniper. Oh nein, oh nein, ich hab ihn getroffen. Pass auf, hier, hier, hier. Hier, hier. Der verhaftet mich, der verhaftet mich. Oh, 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 oh. Ey, wenn ich dich treffe, dann treffe ich ihn nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, schade. Ach man, Leute. Sie sind schon wieder auf irgendeinem Polizeiserver gelandet. Ach, wie, wir haben, oh, wir, ne, alles gut. Wir haben die Server gar nicht gewechselt, stimmt. Oh. Hier sind so, hier sind so Polizisten, die haben es richtig auf uns abgesehen. Einen habe ich. Ja, ich bin schon im Klass. Einen habe ich. So, Leute, wir sind wieder auf das. Das ist schlecht, oh. Ich kämpfe hier noch so lange durch, bis meine Munition leer ist. Genau, da sind wir wieder. Also, jetzt Sniper. Ich nehme noch eine G36 und eine Bombe. Und jetzt machen wir aber ernst, Leute. Jetzt fangen wir keinen Bodenkampf an, den wir nicht gewinnen können, sondern wir gehen auf die Dächer und machen Action, Leute. Wir kennen, die Sniper brauche ja auch Abstand. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder zack, zack. So, bitte, wir sind grünen, bitte, wir sind grünen. Ja, Leute, bist du schon in der Nähe? Äh, ja, 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 du kannst schon anfangen. Okay, okay, ich platziere die Baupläne. Ich komme rein, ich komme rein. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, jo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Klappt, klappt, klappt. Oh, okay, okay, okay. Okay, mal ja. Ach, der kann die Tür nicht einhauen. Okay, ich mache die Tür auf. Ja, jo. Schüsse. Okay, Schüsse draußen, ja. Mach hier kaputt. Polizei ist da, Polizei. Okay, okay, okay. Ich hole Sniper raus. Schon mal. Oh, ich hör schon. Kannst du so einen Leiter platzieren, ich ziele? Ja, warte. Ja, ja, sammel ruhig noch eins, zwei, eins. Sammel ruhig auch, wenn du Leiter platziert hast. Ich halte noch ein bisschen den Schacht. Die rennen ja nicht rein, wenn ich schieße. So, das geht schon so. Und sonst den... Schüsse noch die Goldfachen rein. Ja, 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 ja. Sonst den Strik einfach oben nicht durchgehen. Oh, oh. Vorsichtig, vorsichtig. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Oh, da ist der da unten. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist mit raus, er ist mit raus. Lol, ich bin gar nicht raus. Ey, komm zu mir, komm zu mir. Warte, hier kommt noch mehr, ich schieß dir ab. Ich schieß alle anderen ab. Echt, sonst geh ich hier vorne, wo ich auch schießen kann. Ja, hier bin ich, hier bin ich, hier. Oh nein, ist raus. Der kann nicht runter, aus. Ja genau, der kommt hier nicht runter. Also unmöglich, er hat jetzt keinen Job mehr. Jetzt kann er nichts machen. Ja, genau. Ich treffe ihn ja fast gar nicht. Ich auch nicht. Das ist komisch irgendwie. Der ist super am Wagen. Ich habe gute Hits gegeben, auf jeden Fall. Der muss so gut wie da sein. Ich treffe ihn, was? Ich habe direkt in sein Gesicht gezielt. Er geht runter, pass auf. Das ist ja komisch, ich verstehe das nicht. Ich bin frei. Ich bin frei. Schnell wieder aufs Dach. Schnell wieder aufs Dach. Schnell wieder aufs Dach. Schnell wieder aufs Dach. Okay, OMG hat er geschieben. Genau, aufs Dach. Ein paar Keksesnacken, ein paar Keksesnacken, ein paar Keksesnacken. Mann, 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 Leute, was ne Action, Alter. Das war ja crazy. Kann man ja eigentlich zu zweit ja echt schwer verhaften. Ja, ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Das ist ja aber crazy, ey. Da vorne doch ein Dealer ist auch da. Oh, da hätten wir kurz hingemusst. Ich erschüsse, ich erschüsse. Oh, nicht Schüsse hier. Irgendwo. Da unten links, was ist da los? Ah, der ist schon K.O. Okay. So, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß nicht, lass gut zum Dealer laufen. Ja, okay. Damit wir die Beute wenigsten loswerden. Genau. Wer rupt da? Oh, ey, sogar der kleine Sprung macht Schaden. Ja. Oh, lol. Hä, lol. Ich bin ganz runtergefallen. Wie kommst du jetzt hier raus? Ich bin ganz runtergefallen, aber ich hab keinen Schaden genommen. Hä, wie hast du das hingekriegt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab sogar von dem Sprung wieder Schaden gelegt. Also, das ist wirklich ehrenlos. Ja, das ist echt crazy. Ja, das ist echt crazy. Warum esse ich Kekse? True. Stimmt. So, da wollen wir mal das bisschen Beute hier verkaufen, das wir mitnehmen konnten. So, und einmal ganz schnell hier. Hä? Sag auch, Loco, wieso Kekse? Hab ich auch gerade gesagt. Okay. So, dann wollen wir mal. Dann haben wir freie Fahrt, glaub ich, zum, ähm, zum Juve jetzt. So. Super. Och, Mann, ey. So. Och, Mann. Leute, ich muss hier ganz langsam durch die Gegend gucken. Ist noch krimineller? Ja? Hat er mir schon einige gegeben? Mein Leben fühlt sich gar nicht aufgefühlt. Okay. Ich seh. So, ich die zum, äh, zum Juve. 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 Boah, der hat fett mitzies. Cabrio mitzies. Ich brauche ein Cabrio. Ja. Wir müssen uns ein Cabrio kaufen. Man sieht einfach den Skin, das sieht auch nicht schlecht aus. Nächster Auto wird vielleicht... Was? Aber kann... Aber da kann man doch auch durch, äh, schießen, oder nicht? Tja, ey. Auch gefährlich, aber ja. Ja, aber sieht cool aus. Ich bring jetzt die Char mit. Ja, okay. Ich, äh, ich bin hier aber im Gefängnis. Aber Gefängnis ist doch jubiliert. Ui. Achso. Äh, äh, ja, ja, äh. Aber Gefängnis ist ein, ähm, äh, 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 Automat gewesen. Wurde ich doch kurz... So. Ich bin unterwegs. Bin gleich da. Bin Fan. Ich komme erst mal Richtung Gefängnis-Standers, wenn's so ist, kann... Da ist Gefängnis. Da ist der Blaschen. Ui. Ui. So. Ab geht's. Er kommt mit. Das ist der schwarze Be... Ne, der rote. Ui. Ja, der rote, der rote, den roten hab ich grade schon so sneaky gesehen. Okay. Ich bin hier beim... Beim Juwe. Ich platziere die Leiter. Du hast mich grad umgefallen. Oh, sorry. Ich platziere die Leiter. Und... Let's go. Sehr gut. Er fährt hinterher, er fährt hinterher. Ne. Doch, doch, doch. Hier. Ja, ja, ich sag, er fährt hinterher. Komm, steig aus, Kollege. Steig aus. Steig aus. Ja, aber direkt hier. Steig aus. Und ich knall dich sofort über den Haufen. Schieß aufs Auto. Oh, hier ist sogar ein dritter mit bei. Oh, lol. Was ist der denn hier? So. Keine Lust. Aha, der will snipen von Dach zu Dach vielleicht. Ah, das wär cool jetzt. Aber dann wär das... Drei gegen eins, sind doch keine Schocks hier. Echt? Wir haben die Ecke hier gesperrt. Oh, lol. Schade. Dann checken wir mal ab da. Ich gucke, ob er irgendwo eine Leiter auf einmal platziert. Ich sehe nichts. Ich sehe sicher auch noch nichts. Hält sich hier noch in Grenzen. Der stalkt da bestimmt einfach nur. Da, da, doch. Er kommt. Wo? Er ist da. Er ist da auf der anderen Seite. Okay. Ja. Alles klar. Auf der linken Hälfte von dem Dach. Ja, ja. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Na, zeig dich, Kollege. Oh, er hat mir einen Schuss verpasst. Boah. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh. Oh, der hat leider nicht gesessen. Nee, auch nicht. Der bewegt sich zu viel. Oh, aber die hat er auch einmal getroffen. Ja, der ist nicht schlecht auf jeden Fall. Der ist nicht schlecht. Hallo. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh. Ich nehme, geh mal ja ein Schutzschild. Ja. So. Und. Komm, zeig dich. Genau. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, Kollege. Ah, lol. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Lol. Ah, okay. Hä? Man hat die Gefühle rausgegangen. Oh nein, ich wurde runtergerufen. Oh. Ey, der ist super. Der ist krank. Der ist voll stark, ne? Das ist voll der super STK-Sniper. Also wirklich? Der ist voll drauf auf jeden Fall. Also, also nicht schlecht, wie der mich da grad erwischt hat, ey. Noch könnte ich ja offline gehen, aber ich stehe gleich wieder. Ja, das ist echt heftig. Also der hat's drauf, der Typ. Also ich re-logge mich direkt, glaube ich. Easy. Ja, ja, ja. Ich stehe gleich wieder. Ey, ich treffe ihn aber auch nicht. Easy. Das kann nicht sein. Der trollt dich aber auch richtig. Der hüpft so einmal und so. Ey, es kann nicht sein. Der im Video dreimal auf seinen Kopf geämpft. Also wirklich. Nicht getroffen. Ohne, dass ich mich bewegt habe sogar dazu. Eben. Mann. Ey, jetzt. Wir wurden ja auch voll geholfen genommen. Ebel. Ja, wirklich. Ebel. Sniper. Ey, der, 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 der schießt beim Springen. Der macht so Bunnyhop-technischen Stuff irgendwie. Ja. Alter, das ist ja Next Level. Also wirklich. Da haben wir, glaube ich, mal einen gefunden. Ey, der ist, äh, der ist krass auf jeden Fall. Noch nie so einen. Der ist wirklich krass. Oh. Wie geht's gar nicht so, Bivo? Äh. Leute, schaut in die Beschreibung. Da findet ihr Links zum Bivo-Channel, zu mehr Lokomatch, zu allem anderem. Genau. Genau, Leute. Beschreibung ist wichtig. Beschreiben ist Leben. Und, äh, äh, genau. Genau, so sieht's aus. So. Rein geht's. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Tschüss. Genau, Leute. Diese Folge war jetzt nicht die beste, aber trotzdem hatten wir Spaß. Und das ist die Hauptsache, Freunde. Deswegen vielen Dank fürs dabei sein fürs, äh, vielleicht auch... Oh, nein, lol. Warte, jetzt hat der mich fast erwischt. Boah, ey. Ich wollte, ich will dem wenigstens einen Schuss reindrücken. Und lebst du doch wieder? Ja, 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 ja. Also ich, äh, fast, fast, fast. Ja, 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 ja. So. Warte, warte, warte. Ach, ne, okay. Ach, ja. Egal, Leute. Ich bin schon wieder da, aber gleich stehe ich schon wieder. Leute. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, Polizei ist hier. Nein, Leute. Jetzt werde ich auch noch verhaftet. Egal, Leute. Oh, nein. Ich bin ja nachgejoint. Das war eine Fail-Runde, Leute. Egal, egal, egal. Lord Gammadon. Äh, Leute. Ich stehe doch schon wieder. Der Kollege, der uns hier mit Sniper geholfen hat. Der hat mir... Oh, der hat... Danke, ihn konnte ich jetzt noch entwischen. Boah. Eieiei. Schaffe ich's jetzt noch zum Auto? Schaffe ich's zum Auto? Boah, Leute. Ich muss es nur schaffen, jetzt einmal hier offline gehen zu können. Uäh. Oh, ich glaube, ich schaff das. Lol. Ich hab's geschafft. Freunde. Das war doch nicht so eine ganz... ganz loste Folge, Leute. Ich konnte's noch schaffen. Also dann kommen wir nicht ja auch noch. Eieiei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Ey, absolut. Ah, hops genommen. Ne, also hops genommen. Wir wurden auf jeden Fall absolut hops genommen. Aber Leute, ich konnte jetzt noch entwischen. Also, ich bin jetzt nicht noch wieder im Knast gelandet. Ich hab noch die Waffen und so. Immerhin, immerhin. Sehr gut, Freunde. Jetzt aber. Tschüssili. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ey, die nächste Sniper-Runde ist wieder unterwegs. Die wird viel besser auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.